Kennen Sie das? Sie lesen Schlagzeilen im Internet oder sprechen mit Menschen und haben dabei das ungute Gefühl, dass die Menschheit komplett degeneriert? Sie müssen ertragen, wie Demokratien sich selbst kannibalisieren, wie ihre Mitmenschen Globuli gegen Krebs essen und einem veganen Koch während einer Pandemie mehr Glauben schenken als einem studierten Virologen? Damit sind Sie nicht alleine. In Anbetracht der gesellschaftlichen Entwicklung leiden immer mehr Menschen unter Ihrer Intelligenz. Die Folge sinkende Lebensfreude. Doch das muss nicht sein. Denn amerikanische Wissenschaftler haben ein Verfahren entwickelt, das ihnen ihre alte Zufriedenheit zurückbringt. Entscheiden Sie sich deshalb noch heute für die Laser-Lobotomie. Mithilfe unserer minimalinvasiven Laserbehandlung deaktivieren wir die Teile Ihres Gehirns, die für Ihr kritisches Denkvermögen zuständig sind. Ist alles in Ordnung? Alles ist sehr schön. Erreichen Sie in kürzester Zeit verbesserten Schlaf, kindliche Sorglosigkeit, Spaß an Privatfernsehen und Pauschalreisen und sogar mehr Sex. Der Eingriff zeigt schon nach wenigen Minuten seine Wirkung und muss nur alle fünf Jahre wiederholt werden. Wenn sich die Umstände nicht ändern, muss man sich anpassen. Geben Sie sich nicht auf. Lassen Sie sich lasern. Geben Sie sich nicht auf. Lassen Sie sich das Himself für Sie in der Nähe des Zufrieden.